so neue aufnahme neues glück 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 wie auch immer auf in den kampf inszenierte kämpfe kampf finden so ein stündchen mache ich noch und dann ist erst mal wieder relaxen angesagt schön b linie a linie da werden wir gleich versuchen mit dem karabinieri in dem karabiner noch ein bisschen zu level das werden auf dem one hat noch 92 sekunden super währenddessen lädt das ding hier hoch upload wird vorbereitet also ich habe jetzt gerade die erste twitch aufnahme in meinem leben gemacht ich lade sie auch gleich bei youtube hoch einfach mal bei olilama vorbeischauen und twitch jetzt einfach noch mal eine runde oder mikrofone laga kaga pakarine keine ahnung was das heißt what speak speak english with us all german so groß mit schlein natürlich normalen von dem spiel haben who are you the boss wer bist du der boss ja eine tasche wieder und so warum wenn ich die a linie sehe steht der wagen verkehrt also der wagen steht grundsätzlich immer verkehrt so so ja b wird gekämpft ja noch nicht so hallo hu 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 wir spielen hier mit adolf tigler so wir wollen zu ja mein freund du kannst auf die karte gucken aber ich fahre und ich fahre hier hin so so haben wir unser a2 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 h h Ja, der hat mich abgeknallt. Jetzt haben sie sich hier das Dienst geholt. Schön in der Ecke. Der andere nach oben. Ok. Da. Ich höre hier überall Motorräder. Ja, ich kann es auch. Ja, ich kann es auch nicht sehen. Okay, wir haben die Spiegel. Wir sind gerade kaputt Ah, jetzt fallen wir mal das Ding Alter Alter Postituierter So, körperliches Training Level 4 Also, Silber 4 Da war doch vorhin noch ein Panzer Da ist ein Panzer Da Da Ja Ich bin quasi, in der Runde, und er ist gleich weg. Ja genau jetzt. Und da bin ich weg. Ich frage mich warum der meine Knarre aufnimmt. Meine Knarre ist überhaupt nicht gut. Ja jetzt holt er euch. Oh mein. Oh bald stehen sie hier im Panzer. Na klar. Headshot oder was. Leute knallt doch mal den beschissenen Panzer da ab. Wir kriegen einfach das Nett hin. Hey, ich hab 5 EPs vom mobilen Einsatz bekommen. Aber wenn die Panzer da jetzt mit denen beschäftigt sind, vielleicht hab ich dann... Ja komm, mach die Straße frei. Hallo? So. Äh, da verliert man echt die Lust. Rauskommen und Headshot. So. Wenn ich jetzt hier... ... 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 Ich sehe nichts, außer ich höre es hier immer Bumsen. Und ich höre noch einen Panzer. Und ich höre noch einen Panzer. Okay. Okay, okay. Ja, wir beide sind zum Fuß unterwegs oder was, ja? Juhu. Wir Pech haben, kommt gleich der Panzer. Jodo und ich gehen in die Panzer. Mein Freund, wo läufst du hin? So, zweimal betötet, siebenmal gestorben, auf die Oberung. Na, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ah, können wir da hochnehmen. Ich glaube, wir müssen auslaufen, ne? Ich folge dir einfach mal. Sprintest du hier, oder was? Springen ist nicht so gut. Sprinten ist okay. Springen ist kacka. So, da holen wir B3 und dann mal schnell ins Puppi-Häuschen. Da muss da noch abdrücken. Weißt du, wenn ich mit einer Basuke schieße, ich habe das mal probiert, ich habe nichts getroffen. Der Gegner allerdings macht grundsätzlich ein Handy mit der Bazooka. Ja, und fest ist mit der PRTD einfach mal abgeknallt worden. Mit der russischen PTRD. So, äh, ganz verwandelt glaube ich, ne? Jetzt haben die Sowjetjacken einfach mal hier sich wieder A2 geholt. Oh. Hab ich gesehen? Hab ich mich nicht gesehen? Oh. Hab ich mir ein B 2. Geht mal. Ich gehe euch rein. Achill mich nicht. auf das Wort. Ja, da habe ich mein Bestes gegeben. Aber man muss ja nicht eine positive Garde haben zu gewinnen. Vor allem, wenn man so spät wie ich den Gegner Wirbel machen und die guten von... ...Händen schießen lassen. Ja, warum, wenn ich auf der A-Line bin, warum, zum Teufel, musst du mich dann verkehrt herum spawnen? Kannst du mir das verraten? Das ist das Hirnrichtigste, was... ...wir... ...was du da tun kannst. ...ich... ...ja... ...ja... Ey... ...ich... ...fass es nicht... ...ich...fass es nicht... ...und wir sind hier wohl auf der A-Line überhaupt noch heute? Nein... Leute! Wie wär's denn, wenn ihr mal mit eurem Panzer einmal kommt? Leute, da sind zwei Panzer! ...ja... ...two Tanks... ...on... ...A-3... ...Support... ...please... Was ist das? Ja... ...und wir haben den auch öppnen lassen. ...und wir sagen, dass du mit soviel solltest. Dich... ...und wir wollen jetzt wieder. Einen ...und wir wollen, wenn wir wollen. Das sind eine Einigkeit! ...und wir wollen wir wollen! Gut, probieren wir es mal. Nicht die richtige Waffe. Aber egal. Och, 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 och. Das war eine Mosi. Alter, ich habe gehen genau auf dem Headdy gehabt. Genau auf dem Headdy. Das war einfach mal mehr Glück als Verstand. Ich treffe ja sonst niemals. Alter. Komm, fahren wir mal mit dem Auto hin und gucken, was passiert. Wie geil kann man denn noch beschissener das Auto da spawnen lassen? So, äh, was machst du? So, die holen sich gerade um E3. So, die holen sich gerade um E3. Ähm. So, wie können die sich denn bitte schön um E3, ne? Ja, so. Wie können die sich denn... ...dass ich denn was aus? Oh. Ah. Wie müssen die Musik durchführen? Let's go! Tyronimo! Das kam schon, guck mal, guck mal. Jetzt haben wir sie wieder wo eins. Ja, guck mal, guck mal. Ja, guck mal, guck mal. Ja. So, ein bisschen erwischt haben wir ihn. Ist ja zwar ein bisschen fies, aber... So, zwei. Das ist eine nette Knarre. Ja, muss man mal so... Mal sagen... Und wenn sie so stehen kann und... Boom, 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 boom... Okay. Das war's für heute. äh glück oder nicht keine ahnung ein fort Egal, wir haben unser Bestes gegeben. 6 zu 14. Ich höre einen Banzer. So, und äh. Ja, das war's dann wohl mit, äh. Leute, wo eins fällt, das heißt, wir müssen, ähm. So, eins und die. Passt aber dann mal schön auf, dass, äh, keiner mehr... So, eins und die. Wir kommen, schalt uns frei, dass wir das uns holen können. So, eins und die. Scheiße, 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 scheiße. Äh. Hmmmm Hmmmm Ja, was mache ich denn jetzt mit dem Panzer hier? Der kann mich ja nur locker leicht mal platt machen. Aber wenn ich Glück habe, bin ich schneller als er, schneller als er, schneller wie der Wind. Ja, das Spiel geht aber auch schon ein paar Minuten hier. Ja. Come on. So, Achtung. Na, leh mir nicht mit. Ach, schmale. Äh. Du, jetzt spawnen, campender. Ah, was machen wir mal verschreckt? Wo gehen wir jetzt hin? Okay, ich gebe fest, da der relativ gut zu sein scheint, einfach mal auf. Ah, jetzt verlieren wir ja schon wieder die O-Linie. Wundermosin. Wundermosin. Hm. So, das war ein Glückstreffer. Gesehen und geschossen. Ok. Etwas. O, Z-A2. Z.A2. Z.A2. Oh Mann, oh Mann. meine güte jetzt war ich doch mal so ein netter ran so netten ran 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 gut aber so wie es ausschaut holen wir jetzt einfach mal auch o3 und a3 wieder aber jetzt holen sie sich wieder um 1 also wieder ja 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 gut so x1 haben wir auch geholt alter der 40 zu 15 hau ab hier gehört uns 9,9,2,17 eh wohin, wohlang, worauf, wozu o1 so, verwundet ist er so, verwundet so, verwundet so, verwundet Ich sehe hier gar nichts. So Deutschland hat das Haus X1 einzuordnet, ja was machen wir jetzt warten wir hier oder? Ich sehe das schon wieder anfangs an. doch ich ich Yo, holo! Nein, 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 von wo denn, von da hinten, wie kann der denn von da hinten mich treppen Hallo, paar Russkis, wo seid ihr? Mike, der Hunter Ähm Gut, zwei Mann Vergewurzelt Na, komm schon, wuuu Drei, zwei, drei No, no, ha, hier fein ausgeschaltet, nicht mehr viele Punkte So, äh, was ist denn Mike, der Hunter Okay, Mike, der Hunter Gut, keine Ahnung Beep Dispro, Steam Booster Website Äh, weiß ich gar nicht, kann man das irgendwie wegmachen Keine Ahnung Gut, alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen Und ich mache jetzt, äh, Feierabend Weil hier ist schon 22 Uhr Und deshalb, ähm, ja, bis die Tage Vielen Dank Ich mache jetzt mit uns Und ich mache jetzt mit dem